ja und damit ganz herzlich willkommen nach dieser doch etwas längeren pause zu einem neuen video und das ist gleich eine mod vorstellung und zwar stelle ich euch hier den oberleitungs mod von rheingold vor und das freut mich wirklich sehr weil das ist ein langersehnte mod von mir der oberleitungsmasten als asset in das spiel einfügt so was braucht ihr dafür braucht natürlich einerseits den mod von rheingold aber ihr braucht auch den oberleitungsmasten entferner mod vom br 146 beide mods sind unten in der video beschreibung natürlich verlinkt die müsst ihr beide in eurem save game starten oder falls ihr das nicht möchtet könnt ihr auch nur den oberleitungs asset mod einfügen so was bringt es euch wenn ihr den oberleitungsmasten entferner mod von br 146 einfügt ganz einfach ihr habt nur die oberleitung ohne masten stehen das heißt ihr setzt alle masten mit dem mod von rheingold selber und da gibt es sehr viel auswahl einerseits natürlich die standardmasten in dem schönen hübschen grün gehaltenen neu dazugekommen ist dann auch hier so ein abspannwerk sehr detailliert gehalten dann haben wir hier diesen doppelträger und natürlich auch wieder in diese richtung ein abspannwerk diese gibt es in zwei längen normal die eigentliche länge zwischen masten ist im spiel 25 metern er hat zwei varianten dass hier ist zum beispiel die 25 meter variante hier hinten haben wir eine 50 meter variante der wird einfach am übernächsten masten erst wieder abgespannt dann haben wir auch große ausleger werden oft auf hochgeschwindigkeitsstrecken eingesetzt dann gibt es natürlich auch die betonversion davon die finde ich sehr gut umgesetzt kann man gut auf neubaustrecken einsetzen denn dort wird hauptsächlich natürlich in beton gebaut und nicht hier mit diesen alten stahl teilen einerseits glaube ich weil es billiger ist und weil es tendenziell einfach ist die zu warten und zudem sind sie auch lebenslänglicher auch hier gibt es wieder den doppelausleger dann haben wir hier noch ein hübsches modell ich glaube mit einem separaten schutz leider oben dran und selbstverständlich gibt es diese masten auch als langen ausleger was könnt ihr noch machen hier sehen wir eine kleine kombi von den ganzen ja von den ganzen oberleitungspfosten die es so gibt man kann nun komplett so viele gleise überspannen wie man möchte das heißt nicht alle nicht alle vier gleise kommt dann so ein masten sondern man kann zum beispiel auch hier sechs gleise überspannen man hat hier einen schönen abstand zum gleis das heißt der masten steht nicht irgendwo im weg oder sonst irgendwas dann haben wir hier den den doppelseitigen aus ausleger das heißt auf beide seiten hat er einen hänge ausleger in zwei richtungen finde ich sehr schön gelungen auch hier oben mit dem mit den halte seilen ob es jetzt bin ich eins vorgerutscht mit dem mit dem halt es mit den halte seilen ein sehr schönes modell was man dann natürlich beachten muss wenn man zum beispiel zwei parallele doppelgleise nebeneinander hat muss man natürlich das mittlere gleis entfernen das heißt alle oberleitungsmasten sind so gebaut dass es immer in gleis abstand gebaut werden kann das sehen wir dann auch zum beispiel an den nächsten auslegern dann haben wir hier ein ausleger da haben wir in die eine richtung drei in die andere richtung einen auch hier wieder es ist es muss ein gleis in der mitte platz sein dann haben wir den typischen dreifach ausleger der wird von einigen bestimmt sehr oft genutzt werden man kann zum beispiel mit dem gut sechs gleise überspannen von der einen seite drei von der anderen seite drei aber ich denke in der bei der realen bahn würde dann eher so ein hängender querträger eingesetzt werden dann kommen wir zu den kleineren hier gibt es eine version für drei gleise aber wie gesagt auch hier ist das muss das eine gleis in der mitte wieder abgebaut werden dann wer sich wundert nein das ist nicht der gleiche wie hier vorne sondern wenn man genau hinschaut hier hängt der ausleger noch an einem extra masten und hier hinten ist er direkt dran das ist ein kleiner unterschied aber wer ist gern detailgetreu nachbauen möchte der hat auf jeden fall nun die möglichkeiten auch das finde ich sehr schön das sehe ich ab und zu mal bei größeren bahnhöfen wenn zum beispiel in die eine richtung dann die weiche gebaut werden muss dann wird das ganze so gespannt dann haben wir den klassischen doppel ausleger wird eigentlich tendenziell immer eingesetzt egal wo man kennt ihn einfach dann haben wir hier ein ausleger das ist ein separater oberleitungsmasten das heißt wenn ich immer entfernen sieht man dass das dieses modell ist das heißt wir haben hier einen platz da könnte man zum beispiel ein still gelegtes gleis machen und kann dann hier die restlichen zwei gleise dann von dem ausleger abgreifen das ist wieder das gleiche modell wie hier vorne bloß hier wieder genau das gleiche hier hängt der ausleger noch an einem separaten an einem separaten abhänger und hier direkt am dann haben wir die mittlere aufhängung einmal im bissel dichter liegen den gleisen etwas weiter entfernen den mod mal zu zeigen ist hier bei den jack assets und dann haben wir hier ein schönes symbol mit den oberleitungsmasten so sieht das ganze aus wenn überall x drin ist dann ist natürlich nichts ausgewählt dann habt ihr hier oben die ganz normalen standard standard heißt die grünen standard 1 standard 2 das ist dieser doppel ausleger für das abspannwerk ich weiß das sieht dann hier nicht wirklich schön aus aber wenn man dann bei der mitfahrt oder auf videos sieht es detail getreuer aus wenn dann dieser doppel ausleger dran ist dann haben wir noch einen separaten oberleitungsmasten für die brücke das heißt da ist unten kein sockel sondern da ist so eine halterung für die brücke dran finde ich auch sehr gut einsetzbar dann haben wir hier noch so einen einfachen ausleger da kann man wie gesagt auch wieder ein stillgelegtes gleis simulieren das heißt wenn man wenn man eine doppelstrecke hat und die eine strecke ist zum beispiel elektrifiziert und die andere nicht dann kann man dann würde das ganze nämlich so aussehen dann haben wir hier die nicht den nicht elektrifizierten teil dann haben wir hier diesen ausleger dann hätten wir hier unten die turmmasten für zwei gleise das sind alle modelle die man hier sieht das heißt alle die zwei gleise bespannen einfach mit 1 bis 5 durchnummeriert das gleiche für drei gleise und vier gleise und hier unten könnt ihr euch den querträgerwerk selbst zusammen basteln das heißt ihr könnt so viele gleise wie ihr wollt könnt ihr nun überspannen das heißt ihr setzt jeweils außen dessen turmmasten natürlich direkt an diesem an diesem haken oben und mittendrin könnt ihr überall dann diesen mitteldraht setzen und dann habt ihr ein perfekt überspanntes sechsgleisiges eine wunderbar sechsgleisig überspannte strecke hier unten haben wir dann noch die abspannmasten die gibt es auch alleinstehend beispielsweise wenn man das so haben möchte ich weiß nicht ob das wirklich sinn macht kann man einfach machen wenn man möchte das ist der ganze mod ich hoffe die mod vorstellung hat euch gefallen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschaltet macht's gut bis dann ciao ciao